1 Million Sterne ist ein Projekt von Caritas International. Caritas für Stuttgart schließt sich dem an. Wir möchten mit diesen 1 Million Sterne aufmerksam machen auf die Armut in der gesamten Welt, aber auch auf die Armut in Stuttgart. Jede dieser Kerzen, die Sie hier sehen, steht für mindestens einen armen Menschen hier in Stuttgart oder in allen Herren Ländern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017